Wake News Radio für alle die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgelegt. Jeden Dienstag kommt Sonntag von 16 bis 18 Uhr diese europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net Mein lieber Freund, schau nach wie Geld geschöpft wird also. Wie Geld entsteht und sieh an, was über unseren Köpfen eigentlich besteht. Du wirst hier von uns ausgebildet, sodass du funktionierst und doch nicht damit du die Geldschöpfung studierst. Schau nach wie Geld geschöpft wird also. Wie Geld entsteht und sieh an, was über unseren Köpfen eigentlich besteht. Du wirst hier von uns ausgebildet, sodass du funktionierst und doch nicht damit du die Geldschöpfung studierst. Du zahlst deine Zinsen nicht für geliehenes Geld, sondern für Geld, das erst durch Kredit geschaffen wird. Doch es ist unmöglich, von dem, was man selbst erstellt, mehr zurückzubekommen, als es faktisch gibt. Geld wird immer erschaffen, indem Kredite vergeben werden. Die Gesamtheit aller Schulden kann somit niemals einer tilgen. Nur um dieser Strukturen willen, verschuldet sich der Staat, seit sich durch Volksbedarf nicht mehr ausreichend Kredite bilden. Du wirst hier von uns ausgebildet, sodass du funktionierst. Und auch nicht, damit du die Geldschirmfunk studierst. wikers.net